Um mir auf der Fahrt nicht immer das Geschwätz vom Gierwitzer anhören zu müssen, habe ich das Radio eingeschaltet. An dem Morgen haben die gerade über eine große Schweinerei berichtet. Achtung, Wildschwein Kurz treibt weiterhin in Wolfratshausen sein Unwesen. Inzwischen haben die Behörden sogar die Polizei eingeschaltet. Doch regt sich Widerstand. Nicht nur mir, sondern auch vielen Zuhörern im Sendegebiet ist Wildschwein Kurz ans Herz gewachsen. Ihn zum Abschluss freizugeben ist kein... Und dann sind wir auch schon an einem Grundstück vorbeigekommen, das von der Wildsau heimgesucht worden war. Umgekippte Mülltonne, verstreuter Abfall. Eine Riesensauerei war das. Super, da hat er eine schöne Spur für uns hinterlassen, der Kurti, ne? Ich selbst bin ja nicht blind, nicht? Wir sind den Spuren dann in einen Wald gefolgt. Als wir verdächtige Geräusche gehört haben, hat der Kierwitz sofort die Pistole gezogen. Äh, 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 stehenbleiben oder schieße! Also ich glaube, äh, freiwillig kommt er nicht raus. Der Kierwitz hat dann auf den Busch geklopft. Mit der Dienstwaffe. Ihr habt Vorschrift, nicht? Jetzt haben Sie den Dschreck. Und dann kam was aus dem Unterholz auf uns zu. Da hat der Kierwitz rot gesehen. Dem seine Dienstwaffe war genauso eingerostet wie er. Gib dich, jetzt mach doch was, ich hab Laderebungen. Ey, was ballern Sie denn hier so rum? Da hab ich einmal das gemacht, was der Kierwitz gesagt hat. Trotzdem hat er wieder zu meckern angefangen. Entschuldigung, was wollen Sie jetzt eigentlich? Ja, ein Schuss, ein gezielter Schuss, wobei, nicht? Na ja gut, jetzt, äh, äh, schauen Sie mal nach, ob wir ihn erwischt haben. Äh, 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 wieso ich? Wir sind dann zusammen nachschauen gegangen, im Unterholz. Die können auch nichts alleine, oder? Würde ich gerne, aber sie laufen dann ständig neben mir her. Denken wir mal, Ihre Schüsse sind ins Leere gegangen. Ich, 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 ich hab ihn erwischt gleich. Ich meine, ich hieß ja schon auf der Polizeischule immer. Jeder, jeder Schuss, ein Treffer. Und dann ist der treffsichere Kollege gestolpert, weil da einer gelegen ist. Was liegen Sie denn hier rum? Hallo, hey, aufwachen. Oh, äh, das ist der Amtsförster, oder? Das war der Amtsförster. Mit einer großen Schusswunde im Rücken würde der keine Amtshandlungen mehr vornehmen. Den hat sicher nicht die Bildzeit erschossen. Ja, ich, äh, ich weiß nicht, äh, Polizeischule, jeder Schuss, ein Treffer. Als dann die Frau Dr. Fuchs von der Pathologie am Tatort eingetroffen ist, war der Meisterschütze Gierwitz ziemlich nervös. Ich aber auch ein bisschen. Können Sie schon was sagen? Ich hab noch nicht mal angefangen, Herr Gierwitz. Wieso denn so ungeduldig? Ja, es könnte natürlich sein, dass der Kollege Gierwitz, also unabsichtlich natürlich, dass der... Oder der Kollege Huber, nicht? Die Frau Dr. Fuchs dachte, es ging nur um eine Nachlässigkeit bei der Sicherstellung von Beweisen. Keine Handschuhe, wie immer, ne? Genau, ja. Ja. Hören Sie, ich würde hier wahnsinnig gerne meine Arbeit machen. Haben Sie nichts anderes zu tun? Die Witwe informieren vielleicht? Vielleicht hat die ja eine Idee, wer den Förster erschossen hat. Da wollten wir nicht länger im Weg stehen. Auf der Fahrt zur Witwe lagen die Nerven des schießwütigen Kollegen ganz schön blank. Also wenn wir den Förster auf dem Gewissen... Nein, nein, haben wir nicht. Also, auf jeden Fall ich nicht. Ich meine, dann passt das mit uns. Ich hoffe, das ist Ihnen klar, nicht? Dann können wir den Job an den Nagel hängen. Ich hab noch nie einen umgebracht. Waren Sie nicht im Krieg? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Vorsicht! Dann hat uns auch noch ein rotes Moped die Vorfahrt genommen. Der Fahrer ist einfach weitergefahren. Der hat uns fast umgebracht. Ja, bräuchte mal keine Todesnachricht mehr überbringen. Vor der Metzgerei, in der die Frau, also die Witwe vom Förster gearbeitet hat, haben wir uns erst einmal alle versammelt. Ich denke, da muss man sensibel rangehen, nicht? So eine Todesnachricht, die kann ja auch traumatisieren. Besonders unter diesen Umständen. Naja, weißt du, da brauchen wir echt viel Fingerspitzengefühle. Na gut, dann sind wir uns ja einig. Waren wir uns dann aber doch nicht? Ich dachte, Sie. Warum ich? Wem haben wir denn die ganzen Schlamassel zu verdanken? Was? Ja, wer hat denn die Verrückte in den Wald reingeballert? Ja, Sie haben doch angefangen mit dem Ballern. Ja, leider Gottes. Gut, dann bleib ich am besten im Auto. Ja, was ist jetzt? Herrgott Hubert. Da muss man sich so innerlich drauf vorbereiten. Ich kann doch nicht einfach zu der Metzgerin gehen und sagen, es tut mir leid, wir haben Ihren Mann umgelegt. Wie bitte? Die Witwe vom Förster war aus der Metzgerei gekommen und hatte blöderweise das mit dem Umlegen gehört. Oh, Frau Gröschel, hallo. Die direkte Art vom Gierwitz fand die Gröschel umwerfend. Ohnmächtig ist sie auf dem Asphalt gelegen. Ich glaube, es hat sich erledigt. Frau Gröschel! Hubert! Eine weitaus unangenehmere Begegnung stand uns noch bevor. Die mit der Kaiser auf dem Revier. Die fiel so schnell leider nicht in Ohnmacht. Ja, wir kümmern uns drum. Ja, wiederhören. Sie wissen gar nicht, wie viele Beschwerden schon wieder wegen diesem Schwein eingegangen sind. Oder haben Sie es erledigt? Naja, also eventuell. Nicht sicher. Ja, ist es Ihnen wieder entwischt? Ich habe doch ausdrücklich gesagt, dass Sie schießen dürfen. Ja, wir haben ja geschossen. Hubert sogar mehrfach. Ja, und? Ja, dann ist was dazwischen gekommen. Genau gesagt, der Förster Gröschel. Ja, und was sagt der? Der sagt nicht mehr viel. Der ist tot. Schusswunde. Sollte einer von Ihnen den Förster auf dem Gewissen haben, weil er zu blöd ist, ein Wildschwein von einem Menschen zu unterscheiden, dann garantiere ich hierfür nichts mehr. Ihre Diensthafen. Dann haben wir auf den Bericht von der Frau Dr. Fuchs gewartet. Die Rechtsmedizin hat den vorläufigen Bericht geschickt. Wegen dem Förster? Zeigen Sie mal hier. Die werden verwahrt. Ja, und was steht drin? Todesursache ist tatsächlich ein Schuss in den Rücken. Die Kaiser musste es wieder spannend machen. Und Sie, meine Herren, haben mehr Glück als Verstand. Der Förster war bereits zwei Stunden tot, bevor Sie ihn gefunden haben. Was habe ich gesagt, Robert? Jeder Schuss an Treffen haben Sie gesagt. Tja, dann denke ich, haben Sie einen Fall zu klären, Angehörige informieren, Zeugen befragen, auf geht's. Hey, wir waren ja schon bei der Witwe. Ach, und? Ja, die steht im Moment neben sich, nicht? Liegt. Ja, laut Notarzt ist sie erst morgen vernehmbar. Wir, wir hätten gern unsere Waffen zurück. Und ich hätte gern ein Haus auf Capri. Okay, Ihre Dienstwaffen kriegen Sie erst zurück, wenn Sie ein Schießtraining absolviert haben. Ja, wie Schießtraining ohne Waffen, oder was? Am Schießstand gibt's doch Trainingswaffen. Das ist alles total modernisierter. Da gibt's Sprachsteuerung. Sprachsteuerung? Die ist verrückt. Ja. Dann sind wir zum Schießstand gefahren. Also meine Fähigkeiten als Schütze sind bekannt, und zwar überregional. Da schickt die mich zum Schießtraining. Am Eingang ist so ein großer Kasten gestanden. Der hat ausgeschaut, wie ein Getränkeautomat. Nur, dass halt keine Cola-Dosen drin waren, sondern Waffen. Ja, ja, gut. Was machen wir denn jetzt? Naja, aber trainieren, nicht? Ist ja alles vollautomatisch. Mhm. Spracheingabe. Schießtraining beginnen! Auf den hört keiner. Nicht der meurer Automat. Das sind jetzt super. Ich hab dann auf den Touchscreen gedrückt. Da hat er Auswahl von Waffen aufgeleuchtet. Oh, ja, toll. Äh, ja. Dann, äh, äh, zwei Waffen bitte. Es ist nix passiert. Rein gar nix. Das ist ja Deppenautomat. Wiederhole, bitte. Deppenautomat. Nein, nein, zwei Waffen bitte. Wie, wie versuchst du mal hier? Warten Sie mal. Das vielleicht? Der Gierwitz hat dann so lange mit den Fingern auf dem Touchscreen rumgebatscht, bis sich dann doch zwei Fächer geöffnet haben. Oh! Und dann sind wir endlich schussbereit vor den Zielscheiben gestanden. Ähm, ja, beginnen! Äh, äh, wiederholen, bitte. Schießtraining beginnen! Melden Sie sich bitte mit Ihrem Namen für das Training an. Das ist, äh, Hubert und Gierwitz! Kein Witz, wiederholen, bitte. Hubert und Gierwitz, Schießtraining beginnen! Schießtraining beendet. Wenn Sie mich fragen, diese ganze Digitalisierung ist doch ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Zu einer Zeit, wo anständige Leute noch im Bett liegen, hat die Kaiser ihr Lauftraining beendet und Zwiesprache mit dem Fitnesstrecker an ihrem Arm gehalten. Puls? Solide. 112 Schläge pro Minute. Lauftempo? Gut. 8,2 Kilometer, 45 Minuten. Kalorienverbrauch? Hoch. 720 Kalorien. Nicht nur die Kaiser war an diesem Morgen aktiv, der Kurti hatte ihr im Wald geparktes Auto komplett eingesaut. Was ist das denn? Na warte, du Wildsau. Jetzt bist du fällig. Die Kaiser schien zu allem entschlossen, als sie in ihr völlig zugematschtes Fahrzeug einstieg. Der Gibitz und ich sind dann im Morgen als erstes zur Försterswitwe in die Metzgerei. So, Frau Gröschel. Geht's wieder besser, ne? Ja, gestern war ein Schock, ne? Aber sie arbeiten ja schon wieder, also haben das Ganze ganz gut verdauert, nicht? In Sachen Einfüllungsvermögen macht dem Gibitz keiner was vor. Die Frau hatte er gleich einmal zum Weinen gebracht. Dann kam der Metzgergeselle mit einem Tablett voller Fleischpflanzerl. Grüß Gott. Sind die frisch? Ja. Hätte ich gern vier Stück. Einer auf die Hand. Gerne. Der Kollege hatte nur noch Augen für die Pflanzerl. Ich musste mich um die Witwe kümmern. Ist wirklich alles okay? Ich muss mich ablenken. Deswegen bin ich heute im Laden. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht um meinen Mann trauere, oder? Ja, ich kann das verstehen, aber trotzdem haben wir heute ein paar Fragen an Sie. Das ist wunderbar. Hohoho. Oh mein Gott. Wo waren sie gestern zwischen eins und drei? Sie verdächtigen mich? Ja, erst mal verdächtigt man jeden, ne? Ich war in der Metzgerei. Bis 14 Uhr. Danach habe ich Bestellungen ausgeliefert. Das stimmt. Sagen Sie mal, hat Ihr Mann mit irgendwem Probleme gehabt? Der Ulf hat mit niemandem Probleme gehabt. Na, außer mit dem Bauernvogel. Mit dem Xaver? Ja. Mit dem hatte der Herr Gräuchte schon so sein Beef. Rind? Was Jugendsprache angeht, ist der Gierwitz nicht zur Firma. Aber wo ist er das schon? Du hast was falsch verstanden, Karbinian. Das war ein ganz normaler Streit unter Freunden. Nichts Besonderes. Der Kollege nahm derweil zärtlich sein Baggerl mit den Fleischpflanzerl in den Arm. Die sind wirklich gut. Richtig gut. Bevor wir wieder in den Dienstwagen gestiegen sind, musste der Gierwitz mir noch was mitteilen. Wissen Sie was? Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich sagen. Das sind die besten Pflanzerl, die ich je gegessen habe. Und die Metzgerin, ne? Ist sauschart. Aha. Und sehr nervös. Der Förster war ein Glückspilz, ne? Glückspilz ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ja. Irgendwas war da zwischen Ihrem Mann und dem Xaver. Woher kennen Sie den eigentlich? Das ist unser amtierender Geschwindigkeitsüberschreitungsweltmeister. Vielleicht sollten wir einmal mit dem reden. Auf dem Revier saß der Riedel am Computer und schaute Schweinefilme. Was machst du da? Spezialauftrag. Die Frau Kaiser und ich sollen den Kurt fangen. Aha. Ja, und deswegen recherchiere ich. Hast du gewusst, dass Wildschweine sehr intelligent und sauanpassungsfähig sind? Ja, und saugefährlich. Da kam in dem Film jetzt aber nichts vor. Du hast ja auch erst die Hälfte gesehen. Erkennst du den Film? Nein, aber jeder weiß doch, es gibt genug Wildschweine, die Jäger auf ihrem Gewissen haben. So ein Schmarrn. Und gelogen. Ich kannte mal einen Jäger persönlich. Und? Wildsauunfall. Jetzt lebt nur noch die Sau. Da hat der Riedel geschaut wie ein Ferkel auf dem Weg zum Schlachter. Und die Kaiser hat schon mit den Hufen gescharrt. So, wir haben eine Sichtung. Der Keiler ist wieder in der Stadt. Auf geht's, Herr Riedel. Äh, Frau Kaiser, Wildschweine sind saugefährlich. Ja, ich weiß. Aber Sie haben ja eine Dienstwaffe. Kommen Sie. Zur Sicherheit hat die Christina dem vor Angst bleichen Riedel noch einen Fahrradhelm aufgesetzt. Toi, toi, toi. Auf dem Hof vom Geschwindigkeitsüberschreitungsweltmeister fiel mir gleich ein feuerroter Motorroller auf. Erinnern Sie an die 50er? Da war ich doch ein Kind. Wieso? Ja, nicht an die 50er. Ja, da an die 50er Maschine. Ah, natürlich erinnere ich mich. Die hier ist jedenfalls frisiert, so schnell, wie die uns gestern die Vorfahrt genommen hat. Der Sohn vom Verdächtigen kickte gerade mit einem Fußball vor der Scheune. Ja, Claudius, grüß dich. Ist der Vater da? Warum? Ist er wieder zu Schnee gefahren? Ja, unter anderem. Also, wo ist er? Bin ich hier die Auskunft? Ey, wir stellen dir die Fragen, du Lümmel. Wo? Da kam er aus dem Stall und trieb ein Kalb und seine Frau vor sich her. Jetzt bewegst du deinen Hintern, Gudrun! Wie redet er denn mit seiner Frau? Er meint das Kalbe. Was? Das Kalb heißt Gudrun. Ach so! Du, äh, Xaver, servus. Ein paar Fragen hätten wir. Du, ist gerade schlecht, du siehst ja, hier abzutun. Na, warte mal, es geht um den Gröschel. Ja, die waren doch gestern bei ihm. Haben sie ja schon sich die Vorfahrt genommen, ne? Ach das? Ja, mei, das tut mir leid. Ich war, wie soll ich sagen, ich war stinksauer. Ja, das erklärt einiges. Ja, gut, ich war dein Gröschel Ulf. Aber er war nicht da, ist das ein Problem? Gab's Ärger? Wieso, hat er mich jetzt angezeigt, oder wie? Na, wieso hätte er einen Grund gehabt? Also, sagen wir mal so, die besten Freunde sind wir nicht gerade. Und das heißt? Das heißt, dass ich dank Ernteausfall hab, weil der feine Herr Förster nicht in der Lage ist, sein Problemschwein unter Kontrolle zu kriegen. Ja, ja, und Kurti, das wissen wir schon. Ja, und statt die Sau abzuknallen, füttert er sie noch. Ja, ist ja kein Wunder, dass das Mist für ihr überall rumstromt und mir meine Maisfelder zerfrisst. Ach, da, Herr Witterwind. Wenn er wenigstens die Forstzäune reparieren wird, aber nein, er fotografiert das Schwein lieber mit seiner Wildkamera, zerfix. Ich weiß gar nicht, warum der sein Gewehr umhängen hat, der wird doch sowieso niemals auf den Kurt schießen. Warte mal, Moment, äh, wieso Gewehr? Der Gröschel hatte keins bei sich. Komisch, nicht? Ihr habt zwar auch keine Waffen, oder? Das hat damit nichts zu tun. Ja, wir liegen nicht tot im Weidrümmerhand. Was? Der Gröschel ist tot? Ja, das kann man so sagen. Und Sie halten sich zu unserer Verfügung. Kaum sind wir wieder im Wagen gesessen, hat sich der Gierwitz das nächste Fleischpflanzl reinpfiffen. Kann ein Wildschwein wirklich schon einen großen Schaden anrichten? Mhm, so eine Wildschwein, die frisst ein ganzes Maisfett zusammen. Deswegen hätte ein Xaver auch ein Motiv gehabt. Ja, und kein Alibi, weil seine Gudrun ja zur Tatzeit einen Volkshochschulkurs gegeben hat. Nein, Heidrun. Gudrun ist das Kalb. Aber mein Bauchgefühl ist auch mir trotzdem, der Bauer war es nicht. Ja, der Xaver kann schon gewesen sein. Das ist ein Hitzkopf. Der hat uns einmal ihren Blitzerkasten komplett zerlegt. Nee, trotzdem. Ich habe dieses Bauchgefühl, nicht? Dann essen Sie vielleicht noch was. Ja. Zur gleichen Zeit war die Kaiser mit dem Riedl im Wald auf Pirsch. Herr Riedl, bleiben Sie denn? Sie müssen mal an Ihrer Kondition arbeiten. Ja, mache ich doch gerade. Ha, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Wildschwein lieben Schlamm. Sehen Sie? Und da stand der Riedl mit seinem Fahrradhelm. Rie, rie. Was machen Sie denn? Und hat seltsame Laute imitiert. Herr Lockruf, habe ich recherchiert. Sie vertreiben das doch nur. Also, es muss hier ganz in der Nähe sein und wir bleiben jetzt ganz dicht dran. Am besten, wir teilen uns auf, hä? Sie da lang, ich da lang. Treibjagt. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ach, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Dienstwaffe raus. Entsichern. Da kann uns nichts passieren, hä? Ihre Weste. Der Riedl reichte ihr das leuchtend rote Textil und die Kaiser verdrehte nur die Augen. Und wenn Sie das Schwein sehen, dann schießen Sie einfach. Los. Der Riedl ist einfach hinter nächsten Baum geschlichen, als er merkwürdige Geräusche gehört hat. Hallo? Er hat einfach drauf los geschossen. Getroffen hat er auch. Aber nicht die Wildsau. Was ist passiert? Verdammt, Herr Riedl, Sie haben mir in den Fuß geschossen. Oh, Entschuldigung. Aber warum haben Sie denn auch die Warnweste nicht an? Währenddessen sind wir noch einmal zur Fuchs, um den ballistischen Bericht anzuhören. 7,62 x 63 Millimeter. Also Gewehr. Ist doch mal eine schöne Nachricht. Jagdgewehr, um genau zu sein. Es handelt sich um ein gängiges Kaliber. Ja, ein Jäger, ne? Ja, oder der Täter hat ihn mit seinem eigenen Gewehr erschossen. Ja. Ich denke mal, der Gröschel und der Vogel, die haben einen Streit gehabt im Wald da. Wegen dem Schwein und dem Mais. Gab ihn gerangelt um die Waffe. Schuss löst sich. Der Schuss ging aber diagonal von unten nach oben. Dass der Täter am Boden blieb. Wirklich? Da ich aber keinerlei Schmauchspuren an der Leiche sicherstellen konnte, muss der Schuss aus einer gewissen Distanz abgegeben worden sein. Wie weit? Aus ungefähr 6 Metern. Das ist das Einzige, was wir ausschließen können, das ist jetzt mal was. Ausnahmsweise konnte ihm da keiner widersprechen. In der Zwischenzeit kam die angeschossene Frau Kaiser wieder zum Revier zurückgehumpelt. Oh Gott, Frau Kaiser, was ist denn mit Ihnen passiert? Na, dreimal dürfen Sie raten. Ähm, ja, kleiner Unfall. Also musst du auch zum Schießtraining? Äh, nee, die muss ich abgeben. Ja, allerdings, denn Herr Riedl wird keine Schusswaffe mehr in die Hände kriegen. Oh Mann, ich hätte in Kurt echt was gehabt. Ja, das dachte ich mir. Aber so kannst du die Waffe nicht abgeben. Wieso? Da fehlt das Magazin. Oh Scheiße, das muss ich im Wald verloren haben. Ja, dann los, das findest du schon. Muss ich ja nicht erfahren. Danke. Da ist der entwaffnete Riedl schnell abgehauen. Als nächstes haben wir den Waffenschrank vom toten Förster untersucht. Äh, äh, das ist aber Frau, Oh, äh, fehlen da nicht Gewehre? Eins, aber mein Mu hat seine Büchsen immer mit dabei gehabt, wenn er in den Wurdenhaus ist. Immer? Ja. Was ein krankes oder verletztes Tier von seinen Qualen hat erlöst werden müssen. Hm. Aber so was ist dem Uff echt schwer gefallen. Tierfreund. Im Gegensatz zu Ihnen, ich meine, als Metzgerin sind Sie eher Serientäterin. Äh, Hubert, was? Mein Traumberuf ist das für Arme gewesen. Ich hab die Metzgerei von meinem Vater übernommen. Aber der Ulf hat damit nie ein Problem gehabt. Wir haben uns damals bei der Misswahl Fritzhausenwald kennengelernt. Sofort ineinander verliebt. Naja, jetzt steht er mir auf Wildschweine. Bei dem Charme, den der Gierwitz immer versprüht, muss man sich fast wundern, dass er selbst noch keine Miss vor den Traualtar geführt hat. Die Witwe hat dann noch was aus dem Büro des Toten geholt. Den Kalender, den hat er jetzt ja für den Weihnachtsversag gemacht. Die Aufnahmen dafür hat er mit der Wildkamera geschossen. Die hat er täglich überprüft. Deswegen ist er ja auch gestern im Wald gewesen. Das klingt nach einem spannenden Hobby. Ja, ziemlich aufhört, was? Ja, die Aufnahmen haben ihm ja auch geholfen, den Tierbestand im Wald zu überwachen. Ja, und fotografieren, das ist ja eh, die sei Leidenschaft gewesen. Ja, aber sie hat er nicht fotografiert, oder? Doch, schon. Früher. Dann hat er Filzsammlung gestellt. Eifersüchtig, ne? Gott, ich bin doch nicht auf ein Wildschwein eifersüchtig. Mein Mann habe ich auch nicht umgebracht. Wie war das schnell mit ihr, Mali? Ich habe Fleischpflanzer gemacht und dann so um eine 14 Uhr ausgeliefert. 60 Stück fürs Feuerwehrfest und 60 Stück für den Geburtstag vom Erdmann, Toni. Sind Sie jetzt zufrieden? Zufrieden wäre der Gierwitz nur dann gewesen, wenn sie die Fleischpflanzerl alle an ihn ausgeliefert hätten. Zur gleichen Zeit schlich der Riedel auf der Suche nach seinem verlorenen Magazin durch den Wald. Da hörte er ein Geräusch. Er war in den Sucher einer Wildkamera geraten. Die hat er gleich einmal vom Baum abmontiert. Wir haben uns dann noch einmal den Metzgergesellen vorgenommen. Also Sie waren die gesamte Mittagspause beim Kieferorthopäden? Ja, warum? Woher wissen Sie dann, dass die Chefin zur Tatzeit da war? Haben Sie heute Morgen noch bestätigt, ne? Na ja, sie musste 120 Fleischdanzerl zubereiten. Wie lange dauert denn sowas? Circa eine Stunde und danach hat sie alles ausgeliefert. Als ich ihm kurz vor drei vom Kieferorthopäden zurück war, schloss sie gerade auf. War's das? Ja. Wir mussten leise sprechen, weil die Witwe uns beobachtet hat. Herr Gimans, wenn die eine Stunde lang allein da war, hätte die Lok in den Wald fahren können, ihren Mann erschießen und dann wieder zurückkommen können. Nicht bei der Qualität dieser Fleischpflanzel, nicht? Da braucht die mittendste Stunde. Ja, wenn die überhaupt ausgeliefert worden sind. Das ist ein Punkt. Biederschauen. Biederschauen. Dann ging es zum Rapport bei der angeschossenen Frau Kaiser. Wieso halten Sie Frau Grössel denn für verdächtig? Hat sie ein Motiv? Eifersucht. Eine andere Frau? Nein, nein, ein Wildsaug. Ja, der Föster hat sich nur noch für seine Schweine interessiert. Alibi? Na, wackelt ein bisschen angeblich, hat sie Fleischpflanzel ausgeliefert. Kann der Erdmann-Tone bestätigen und die Feuerwehr. Dabei musste ich die ganze Zeit auf den dick verbundenen Fuß starren. Na ja, schauen Sie nur, Herr Gewitz, so sieht das aus, wenn der Riedel dann in den Fuß schießt. Der Riedel? Ja, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Robert, helfen Sie meine Frau Kollegen. Die Kaiser hat humpelnd an Ordner zum Schrank gebracht. Zu spät. Was, mit Ihnen haben Sie nichts zu tun? Fangen Sie das Wildschwein. Oder arbeiten Sie an Ihren Schießergebnissen, die von gestern waren ja unter aller Sau. Wie was? Na ja, ich kriege die Ergebnisse immer direkt hier auf meine App. Dann hielt sie uns vorwurfsvoll ihr Handy hin. Moment, Moment. Und was ist mit Datenschutz, nicht? Außerdem war das nicht unsere Schuld. Das war diese sogenannte moderne Technik, oder? Ja, die ist noch nicht ganz ausgereift. Ja. Ja, bei Ihnen ist auch so einiges nicht ganz ausgereift. Was soll das denn heißen? Angeschossen ist die Kaiser noch unausstehlicher als normal. Am Abend habe ich mal beim Yazid in der Werkstatt vorbeigeschaut. Servus. Servus. Warst du mal wieder zufällig in der Nähe, oder? Ja, ja, zufällig war ich. Und, hast du ein Problem? Nein, nein, nein. Also, höchstens im Schießstand, ey. Ich brauche da ein bisschen bessere Ergebnisse im Schießstand, ey. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Du musst entweder trainieren oder Zielwasser trinken. Ja, genau das wollte ich vermeiden. Die Schießanlagen, die gehen heute alle mit Computer. Ja. Könnte man da vielleicht so ein bisschen was tricksen? Tricksen? Ich? Also, das müsste schon über offizielle Bearbeitungsgebühr laufen. Ja, das wird schon irgendwie gehen. Also, bin ich heimlich mit dem Yazid auf den Schießstand. Ich müsste halt da an die Kernfunktion ran, aber nicht, dass wir da wüsst werden. Ach, die Nachts kommt doch da kein Mensch. Meinst du? Scheiße. Dann kam aber doch jemand. Wer bricht denn in eine Schießanlage ein? Ja, wir. Außer uns. Keine Ahnung. Ach, Schatz. Was denn mit dem Designweg, Spiegel? Ach so. Hinter dem Spiegel konnte der Einbrecher uns nicht sehen. Wir ihn aber schon. Es war der Gierwitz, der heimlich trainieren wollte. Breitbeinig hatte er sich vor den Zielscheiben aufgebaut. Als er abdrückte, passierte, was bei ihm fast immer passiert. Was ist denn da los? Nix. Das konnten wir nicht mit ansehen. Also sind wir raus aus unserem Versteck. Ihr Magazinfeld. Guten Abend. Was machen Sie denn hier? Ist das die Waffe vom Riedel? Das geht Sie gar nichts an, nicht? Habt ihr alle Dienstwaffen abgeben müssen, oder? Dann hatte er dummerweise den Laptop vom Yazid entdeckt. Ah, jetzt weiß ich, worum es geht. Sie wollen Ihr Schießergebnis aufbessern, ne? Und dass Sie ihm dabei helfen, wundert mich überhaupt nicht. Was ist mit dem? Bei mir geht es um ganz was anderes, nicht? Das ist Schützenehre. Ich mache euch ein Friedensangebot. Niemand verrät irgendjemand, was am Schießstand passiert, bleibt am Schießstand. Ich muss jetzt nur den Computer so bearbeiten, dass ihr halt ordentliche Ergebnisse habt. Ist das ein Angebot? Ein Angebot. Ein gutes Angebot. Ja, aber bitte wirklich so gut wie möglich, damit es einigermaßen realistisch ist, nicht? Auch wenn es ein bisschen mehr kostet, nicht? Um Schützenkönig zu werden, musst du halt immer was springen lassen. Den nächsten Tag haben wir mit einem Arbeitsfrühstück bei der Barbara im Café Rattlinger begonnen. So, bitte die Herren, darf sonst noch was sein? Ja, einmal Mordaufklärung, bitte. Ich hätte gerne Sömmel mit Fleischpflanzern. Ja, beides ist leider nicht vorhanden. Und was ist das da? Hinter der Theke stand noch ein Tablett voller Fleischpflanzern. Das sind die Überbleibsel vom Doni seinem Geburtstagsfest. Die Pflanzer von der Gröschel? 60 Stück zum 60. Aber wie man sieht, ist leider nicht vergessen worden. Die Pflanzer von der Gröschel sind die besten in ganz Bayern. Es kann nicht sein, dass da eins übrig geblieben ist. Na ja, Sie waren ja nicht dabei. Sehr witzig. Na ja, circa 40 Stück sind noch da. Das stimmt was nicht. Der Doni kommt jetzt gleich in den Holz ab. Nix da, die sind beschlagnahmt, Beweismittel. Ja, wenn Sie Pflanzer beschlagnahmen, dann wird's gefährlich. Wieso? Für die Pflanzer. Oh. Das sind keine Gröschel-Pflanzer, das sehe ich von hier aus. Allein die Größe. Na ja, Moment, Sie haben es gestern zum ersten Mal gegessen. Ja, deswegen habe ich sie ja so frisch in Erinnerung, nicht? Nee, nee. Die sind aus dem Supermarkt, da wette ich. Wie bitte? Wenn die Gröschel die Pflanzer im Supermarkt gekauft hat. Dann hat sie Zeit gehabt, ihren Mann im Wald zu erschießen. Ja, verrückt. Ist nur eine Hypothese, nicht? Ja, machen wir Blindverkostung. Ja. Äh. Blindverkostung. Den Mord würde der Kirwitz der Gröschel vielleicht noch durchgehen lassen. Aber bei den Fleischpflanzern, da hat für ihn der Spaß aufgehört. Derweil platzt auf dem Revier der Riedl bei der Kaiser Rhein und die ist dann auch gleich geplatzt. Ich habe ihn. Haben wir wieder nicht angeklopft, Herr Riedl? Äh, ja, Entschuldigung, anklopfen. Jetzt sind Sie schon drin. Also, wen haben Sie? Kurz, den Problemkeiler. Ja, wie, das überrascht mich jetzt. Ohne Dienstwaffe? Äh, ja. Ja, also ich war gestern noch mal im Wald und habe diese Wildkamera hier entdeckt. Die habe ich mitgenommen und die Fotos ausgedruckt. Das hat leider ein bisschen länger gedauert, weil ich nicht gleich das passende Kabel für die Kamera gefunden habe. Sie waren gestern noch mal im Wald, während der Dienstzeit? Ja, ich habe leider mein Magazin verloren und dann habe ich es gesucht, aber leider nicht gefunden. Moment mal. Erst schießen Sie mir in den Fuß, dann verlieren Sie ein Magazin mit scharfer Munition im Wald. Was haben Sie denn als nächstes vor, Herr Riedl, hm? Noch mal suchen? Wenn Blicke töten könnten, wäre die Kaiser eine Serienkillerin. Der Gierbitz hat sich bei der Barbara dann an die Blindverkostung gemacht. Selten habe ich den Mann so motiviert gesehen. So, Herr Gierbitz, wir haben jetzt drei verschiedene Varianten. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie die Gröschlpflanzer rausschmitten. Mundgerechte Äppchen, bitte, ja? Wirst du? Bestimmt nicht. Also, auf das Goschel. Und dann hat die Barbara ihn gefüttert. Boah, na, das ist doch Supermarkt. Ne, grausig. So, zweite Variante. So. Hm, noch schlimmer. Na, supermarkt. Und Nummer drei. Hm. Hm, feine Zwiebel, bisschen Kalinpfeffer, bisschen Rauch. Hm, sehr gut. Oh, egal, Gröschlpflanzer. Habe ich recht, oder habe ich recht? Sie müssen sagen, ich bin beeindruckt. Gut. Dann wissen wir jetzt, dass die Pflanzl nicht von der Gröschl sind. Und das Misspflanzer hat mir doch tatsächlich ihre billige Raumschwarze untergekübelt. Ja, und beim Alibi gelogen. Und eventuell ihren Mann erschossen. Schon für die Sache mit den Pflanzhallen hätte sie vom Gierwitz lebenslänglich bekommen. Und von der Barbara auch. Im Revier war die Christina an der Pinnwand beschäftigt. Da beziehst du. So in etwa. Ich habe den Auftrag, unsere Hauptverdächtige unter die Lupe zu nehmen. Deswegen fange ich bei ihren Telefonverbindungen an. Cool. Macht Spaß. Geht so. Aber ich habe was rausgefunden. Es gibt eine Nummer, die hat sie auffällig oft angerufen. Und die ist auf keinen Namen registriert. Prepaid? Ja. Und die Nummer hat sie auch meistens mittwochs und freitags angerufen. Immer zur Mittagszeit. Gestern auch? Ja. Kurz bevor jemand gestorben ist. Ja, und wir haben den rausfinden, den die gehört, nicht? Und ich weiß auch schon wie. Wehe. Da bin ich aber gespannt. Ein bisschen mehr Begeisterung, Hubert, ne? Sie können jetzt den Meister bei der Arbeit zusehen. So. Nach dem bestandenen Fleischpflanzerltest hatte der Kollege Oberwasser und klemmte sich gleich hinters Telefon. So. Rufnummernunterdrückung aktiviert. Lautsprecher an. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, ne? Eigentlich sagen Sie ziemlich oft. Ja, bitte. Was war das jetzt? Ich hab irgendwie meinen Text vergessen. Aber das Ganze hat sich trotzdem gelohnt, nicht? Haben Sie die Stimme erkannt? Ja, jetzt wissen wir, dass sich hinter der Nummer ein Mann verbirgt. Ja, super. Dann haben wir den Täter so gut wie sicher. Damit's beim nächsten Versuch klappte, hab ich mich lieber an die Christina gewandt. Ich hab eine bessere Idee. Schöpfe doch schon Verdacht. Jetzt rufst du mich nicht einfach so an, ja? Ja. Okay. Bussi, Bussi. Ja, Bussi. Wow. Als wir wieder im Auto saßen, war gerade ein anderer Schwerverbrecher in den Nachrichten. Und hier noch eine Meldung zum Problem Keiler Kurt, der wieder einmal Wolfratshausen unsicher macht. Offenbar gelingt es der Polizei nicht, dass... Das mussten wir uns nun wirklich nicht anhören. Also wenn ich eine Frau wäre, ne? Herr Gewitz, ist alles okay. Nein, ich meine, wenn ich eine Metzgerin wäre, ne? Ja, das kann man sich eher vorstellen. Also die Röschel zum Beispiel. Ja. Und mein Mann würde sich immer für Wildschweine interessieren. Dann wäre ich auch einsam. Ja. Und dann würden's Affäre anfangen? Ja. Zum Beispiel mit dem Pripetmann. Dann würde ich vielleicht versuchen, mein Mann loszuwerden. Und damit hätte ich ein Motiv. Ah. Und Ihr Alibi, das ist ja gegessen. Das mit dem gegessen, das war jetzt keine Anspielung, oder? Nein. Gut. Auf einmal wurde scharf geschossen. Was war das? Das war das Seitenspielen. Wir standen da wie auf dem Präsentierteller. Mitten auf der Landstraße am Waldrand. Da schießt jemand auf uns. Ja, da haben sie zufälligerweise weg. Ich meine, und wir haben keine Waffen dabei. Die Kasse, wenn wir wegen der draufgehen. Was machen Sie da? Ja, ich gehe näher hin. Ich muss ja sehen, wer auf uns schießt. Sind Sie bekloppt? Ich bleibe hier. Super Idee, halt die Stellung. Ich bin erst einmal in die Richtung, aus der die Schüsse kamen. Was soll das heißen? Halten Sie die Stellung. Ich bin doch keine Zielscheibe. Hubert! Hubert! Und dann war er auch schon wieder hinter mir. Lass mich bloß nicht allein und unbewaffnet als Zielscheibe zurück. Entschuldigung. Auf die Entfernung sind sogar Sie ganz schwer zu treffen. Nicht jeder ist ein schlechter Schütze wie Sie. Auf einem Waldweg haben wir den Schützen dann entdeckt. Er war gerade dabei, sich aus dem Staub zu machen. Rotes Moped, roter Helm, Herr Gewitz. Ja, selber Vogel, ne? Genau. Wir sind dann natürlich gleich zum Hof von dem Vogel gefahren. Hoffentlich erwischen wir das Schweiz. Einfach auf Polizeibeamte schießen. So eine Unverschämtheit, ehrlich. Ja, vielleicht nur lauter. Ich meine, der ist bewaffnet im Gegensatz zu uns. Oh, ja. Sollen wir vielleicht Verstärkung rufen? Keine schlechte Idee, glaube ich. Da flog plötzlich eine Tür auf. Der Vogel kam aus dem Haus, zusammen mit der Frau Gröschel, die sich gerade noch ihre Bluse zuknöpfte. Was macht ihr jetzt hier schon wieder da? Das könnten wir Sie auch fragen. Entschuldigung, ich wohne hier. So, so. Und die Frau Gröschel, die wohnt auch da, oder was? Da wurde die Försterswitwe so rot wie der Motorroller. Die Resi war rein geschäftlich bei mir, ja? Und ich wäre dann der Kaiser von China, nicht? Wo ist das Gewehr? Bitte was? Das Gewehr, mit dem du auf uns geschossen hast. So ein Schmarrn, warum sollte ich denn auf euch schießen, ha? Wer den Radarkasten kalt macht, der macht auch sowas, nicht? Wollen Sie die Ermittlungen verhindern? Oder kommen wir Ihnen zu nah mit Ihrem Gespusi da, oder? Wir haben dich gesehen, Gesaufer. Im Wald, mit der Fuchzger. Also, wo ist das Gewehr? Ja. Also, da ist es jedenfalls nicht? Ja gut, wenn Sie meinen, äh... Ja, dann, äh, suchen wir halt woanders. Ja. Äh... Wir haben dann in der Scheune vom Vogel nachgeschaut. Da stand er drin, der rote Roller. Na, hatte ich mal wieder einen richtigen Riecher, hm? Und neben dem Roller lag auch noch das Gewehr im Heu. Keine Zeit gehabt, das vernünftig zu verstecken, ne? Ich habe überhaupt nichts versteckt und ich bin auch heute noch nicht gefahren. Der Motor ist noch warm, hm? Also, das Gewehr ist auf jeden Fall vom Gröschenlaut, Registriernummer. Jetzt wurde die Witwe unruhig. Die Büchsen vom Ulf? Wie kommt die da her? Ja, wie kommt die da her? Vielleicht hat Ihr Mann von eurem Verhältnis gewusst, es hat einen Streit gegeben und dann... Batsch! Wir waren das nicht. Wir... Wir sind doch zusammen gewesen. Ah, Mann, als es den Förster erwischt hat oder gerade als auf uns geschossen wurde, hm? Beide Male. Sie müssen uns das glauben. Warum? Sie haben uns schon beim Alibi belogen. Sie decken sich doch gegenseitig, hm? Decken ist in dem Zusammenhang vielleicht eine ungünstige Formulierung. Ach so... Das ist doch Unsinn. Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Ist mir wurscht. Sie sind beide vorläufig nichts festgenommen, nicht? Da tauchte im Heu der Kopf von dem Vogel seinem Sohn auf. Claudius, spielst du verstecken? Nein. Oder hast du im Wald ein bisschen auf Polizisten geschossen? Schmarrn! Ist das egal. Gleich mitkommen. Unter, los. Alle. Wir haben dann alle zum Revier gebracht. Als erstes sind wir mit dem Vogel in den Verhörraum. Xaver, du hast ein Motiv. Wir haben die Waffe bei dir gefunden. Und dein Alibi, das ist ihr... Nichts wert. Nichts wert. Sie stecken mit ihrer Geliebten unter einer Decke. Ich meine, wie lange geht das schon mit ihrer schönen Metzgerin? Halbes Jahr vielleicht. Wir haben uns immer heimlich getroffen, ja? Mittwochs und freitags. Also immer, wenn deine Frau in der Früchstuch schön war, oder? Und wenn die Metzgerei von der Resi zur Mittagszeit geschlossen ist, dann ist die Resi rüber zu mir? Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr wissen. Also meine Frau, die bringt mich um, wenn es das erfährt, gell? Ja, das ist halt immer das Restrisiko. Ja. Also weder die Resi noch ich haben was mit dem Tod vom Ulf zu tun und ich habe auch nicht in den Wald auf euch geschossen. Ja, wer dann? Wer? Ein Jäger aus Kurpfalz, der rennt durch den grünen Wald und schießt das Wild daher, gerade wie es ihm gefällt. Ja. Nur der Vogel hat nicht gesungen. Der Gierwitz hat sich dann den Sohn vorgenommen. So, mein Freund, wenn du nicht reden willst, wir können auch anders. Das schien dem Jungen überhaupt nicht zu gefallen. Dann nehmen wir jetzt deine Fingerabdrücke und vergleichen die mit denen auf dem Gewehr. Bevor wir weiter ermitteln konnten, mussten wir der Kaiserbericht erstatten. Die Aussagen von dem Bauern und der Metzgerin decken sich also eins zu eins? Die haben dich abgesprochen. Die verdammten Turteltauben wussten, was kommt. Vielleicht sagen sie auch die Wahrheit. Der Fingerspurenabgleich von der Tatwaffe ist da. Schießen Sie los. Aber nicht in den Fuß, was? Über die Witze vom Gierwitz kann keiner lachen. Am wenigsten die Kaiser. Also, Frau Dr. Fuchs hat das sichergestellte Jagdgewehr eindeutig als Tatwaffe identifiziert. Neben den üblichen Spuren von Hubert und Gierwitz sind nur die Fingerabdrücke von Claudius Vogel, dem Jungen. Mhm. Und vom Vater und von der Metzgerin nicht? Nein. Dann sind die verdammten Turteltauben wohl doch unschuldig und können gehen. Na, der Junge hat den Förster erschossen, ne? Trauen Sie ihm das zu? Landjugend. Den Jungen haben wir dann gleich noch einmal vernommen. Ich hab den Förster nicht erschossen. Sondern? Es war so, dass ich gestern nach der Schule in dem Wald bin. Zum Schwammersuchen. Und da hab ich das Gewehr gefunden und mitgenommen. Wann war das? Vielleicht zwischen 13 und 15 Uhr? Nein, später. Die Schule war um drei vorbei und im Wald war ich so um halb vier. Mhm. Und da hast du dann auf uns geschossen. Ich wollte das Gewehr nur einmal ausprobieren. Zum Spaß. Sag einmal, spinnst du? Schieß zum Spaß auf Polizisten. Auf Tannenzapfen. Ja, schau mal aus wie Tannenzapfen. Nein. Als ich euch gesehen hab, bin ich abgehauen. Zum Hof das Gewehr verstecken. Gut. Dann zeigst du uns jetzt ganz genau, wo du das Gewehr gefunden hast. Klar? Klar? Hören tut sie anscheinend auch nicht so gut, die Landjugend. Da standen wir also mal wieder im Wald. Irgendwie hab ich das Gefühl, wir laufen im Kreis. So bin ich gestern auch gelaufen. Mhm. So, was ist jetzt? Wir haben nicht ewig Zeit. Konzentrier dich, Junge. Wir müssen die Stelle finden und die Tat nachstellen. Also deswegen haben Sie das Gewehr dabei. Ja, Sie werden sich mit meiner Methode kriegen wir den Gewehr. Hier. Hier hab ich das Gewehr gefunden. Genau hier. Er muss von da aus auch geschossen worden sein, nicht? Sag mal, er muss doch du den Toten da gesehen haben. Nein. Ich hab nur das Gewehr gesehen. Ich schwör auf alles. Schwören tun's ja viel, die jungen Leute. Es hatte aber den Anschein, als hätte der Xaver die Wahrheit gesagt. Die Kaiser stand auf dem Revier gerade vor einem anderen Rätsel. Mit ihrem Handy ist sie zur Christina gehumpelt. Bleiben Sie sitzen. Das geht schon. Aber vielleicht erklären Sie mir das mal hier. Ich check das irgendwie nicht. Hier, bitte. Mit der App von dem Schießstand schien etwas nicht zu stimmen. Das sieht nach Fehlermeldungen aus. Die App spinnt. Komisch, ich weiß auch nicht. Haben Sie mal ein Update gemacht? Nee, muss ich das? Vielleicht. Aber ich installiere die App einfach nochmal neu. Ich brauch doch nur die Ergebnisse vom Schießstand. Die Kollegen können unmöglich noch länger unbewaffnet ihren Dienst absolvieren. Ach so. Keine Sorge. Die haben ja das Gewehr vom Förster dabei. Wie bitte? Die Tatwaffe? Ja. Manche Menschen sind einfach ein bisschen zu ehrlich. Die Christina gehört da dazu. Im Wald war der Gewitz dabei, den Tatverlauf zu rekonstruieren. Ja, so. Müsst das eigentlich stimmen, nicht? Und Sie, Hubert, glaube ich, sind Goldre... Hubert! Sie müssen stehen bleiben, nicht? Sie müssen da stehen bleiben, wo der Förster gelegen hat. Der hat mich doch tatsächlich anvisiert. Seien Sie wahnsinnig das Gewehr? Das ist nicht gesichert. Was reden Sie da? Völligen Mumpitz! Oh. Die Waffe war genauso entsichert wie der Kollege. Ja, das muss ich von alleine gelöst haben. Aha. Sind Sie jetzt fertig? Nein, ich habe gerade angefangen. Warum? Ich muss mal... Diese Jugend von heute keine... Dann gehen Sie los! Herr Gierwitz, vielleicht hat der Täter ja Handschuhe an gehabt, ne? Äh, ja und? Hubert! Ja? Ja. Der Gierwitz hat im Wald quasi jeden Baum anvisiert. Ich sehe gerade was. Hinter Ihnen im Baum, ne? Da ist so eine Kamera. So eine, die die Förster immer aufhängt. Oh. Dann haben wir den Mord vielleicht sogar im Boot. Das wäre ja klasse. Was nicht so klasse war, die Kamera hängt ziemlich weit oben am Baumstamm. Drum habe ich im Revier angerufen. Riedl? Ja, serpest du. Wir brauchen eine Leiter. Endlich ist der Riedl gekommen. Leider nur mit einem Werkzeugkasten. So, da ist das Werkzeug. Alles dabei. Ja, und wo ist die Leiter? Oh, die habe ich jetzt anscheinend vergessen. Ja. Riedl. Die Kamera ist da oben. Da oben. Warum auch immer. Aber da oben. Da können Sie jetzt hochklettern. Kannst du gleich was für Ihre Figur tun. Was ist? Nix ist. Ja, vielleicht könnte man ja Räuberleiter machen. Ja, normal schon, aber ich bin leider kein Räuber. Der Kollege vielleicht. Bei meinem Rücken, keine Chance. Keine Chance. Und du? Bin ich blöd? Ja. Ja. Okay. Und dann ist der Riedl rauf auf dem Baum. Er hat es auch tatsächlich nach oben geschafft. Bis zur Kamera rauf. Und jetzt montierst du das ab und schmeißt es hier. Auch das hat er hinbekommen. Ich wette, da ist alles drauf. Ich habe sie über ihn. Was er nicht so gut hinbekommen hat, war der Abstieg. Ups. Ja, da musste man halt oben auf dem Baum zurücklassen. Hallo? Die Kaiser ist gerade in ihren Wagen gestiegen. Als wir zurück zum Revier gekommen sind. Ah, gut, dass ich Sie noch antreffe. Ja, ich habe ja was für Sie. Ja, ich habe auch was für Sie. Etwas sehr Merkwürdiges. Schauen Sie mal die Ergebnisse vom Schießstand. Dann hat sie uns die App auf ihrem Handy gezeigt. Wahnsinn. Also da bin ich jetzt selber ganz erstaunt. Ich frage mich auch, wie das zustande kommt. Ja, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und warum waren die Ergebnisse beim ersten Mal so unterirdisch? Sie müssen ja Tag und Nacht geübt haben. Ja, Tag und Nacht. Tag und Nacht. Na, dann spinnt die App doch. Dann können Sie auf jeden Fall Ihre Dienstwaffen bei der Christina wieder abholen. Bequemer, was Sie erholen. Ja, das scheue jetzt an der Hüften. Und wie wollen Sie das Wildschwein erledigen? Erwürgen? Zurück im Revier. Auf dem Computer von der Christina haben wir uns die Aufnahmen von der Wildkamera angeschaut. Wir spielen die Bilder zeitlich rückwärts ab. Das heißt, alles, was die Kamera zuletzt aufgezeichnet hat, sehen wir zuerst. Als erstes ist die gesuchte Wildsau aufgetaucht. Ah, das ist ja kurz. Anschließend kam noch eine andere Wildsau ins Bild. Der Gewitz, das schaut ein bisschen ungeschickt aus. Und das ist der Sohn von Bauern, als er das Gewehr findet. Dann wurde es spannend. Auf dem Bildschirm hat man das Mordopfer gesehen, das gerade sein Gewehr abgelegt hatte. Da hat der Förster noch gelebt. Was macht das Gewehr da? Ich würde sagen, das ist der Schisszahlenbesitzer. Die Waffe hatte einen Schuss abgefeuert, ohne dass jemand am Abzug war. Der Sicherungshebel, der Sicherungshebel ist kaputt. Das war's. Ja, da war's gar kein Mord, sondern ein Unfall. Ein Arbeitsunfall, ne? Ja, tragisch. Wollte nur nachschauen, ob's noch ein paar neue Bilder von Kurt gibt. Dabei hat er ja schon Tausende. Ja, hätte doch lieber ein Foto von der Frau gemacht, ne? Und, was machen wir jetzt mit der Sau? Ja. Die Kaiser hat uns doch tatsächlich mit zwei Jagdgewehren in den Wald geschickt. Da haben wir dann auf einem Hochstand gesessen und gewartet. Da vorne ist er. Tatsächlich. Während der Kurte sich gut gelaunt an einem Baum schubberte, haben wir ihn beide ins Visier genommen. Warum schießen Sie nicht? Ja. Sie haben gesagt, Sie sind der bessere Schütze. Ja. Jetzt schießen Sie schon. Sie müssen üben, ne? Ja. Oder haben Sie mittlerweile mit dem Schwein, ne? Naja, überhaupt nicht, aber Sie vielleicht. Na gut, dann schießen wir eben beide zusammen, ne? Auf Kommando. Eins. Zwei. So lange wollte der Kurte dann aber doch nicht warten. Jetzt ist er weg. Ja. Da wird sich der Kaiser sich freuen. Ja. Also ich würde sagen, Feierabend. Die bleiben ein bisschen. Da hat die Wildsau aber ganz schön Schwein gehabt, wo doch beim Gierwitz jeder Schuss ein Treffer ist. Also Servus Freunde, bis zum nächsten Fall, euer Hubsi. Bis zum nächsten Mal.